Musik Die Ausstellung Lübeck Contemporary zeigt eine Vielzahl von künstlerischen Produktionen von Künstlerinnen und Künstlern hier aus Lübeck und aus der Umgebung. Dabei haben wir eine ganz spannende Bandbreite von unterschiedlichen Gattungen von der Malerei über die Grafik, Fotografie, räumliche Installation, Kunst im Außenraum, Skulpturen ist alles dabei und erfreut das Besucherherz. Es gibt die unterschiedlichsten thematischen Schwerpunkte von Themen der Migration, über die Nachhaltigkeit, Genderfragen, also wirklich gesellschaftsrelevante Thematiken, die hier quasi zum Vorschein treten. Aber auch wird deutlich, dass das künstlerische Schaffen als solches thematisiert wird. Es gibt Auseinandersetzungen mit Form, Farbe, Materialitäten, Materialitäten im Raum, Komposition, also all das, was das künstlerische Schaffen als solches ausmacht, also wichtige Akteure des künstlerischen Schaffens. Musik Wir haben ja den Titel nicht umsonst auch Lübeck Contemporary genannt dieses Jahr. Es ist ein englischer Titel, er ist neu und er ist deswegen neu, weil mir auch wichtig war, dass wir die internationalen Gäste einladen und von der Vielfalt der hiesigen künstlerischen Produktion begeistern können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020